hallo und herzlich willkommen zu skypecory 3 folge 23 mit einer kleinen aufnahmepause da müssen wir uns auch erst mal wieder hier rein finden ich weiß gar nicht wo ich bin ihr seht auch oben es sind ich glaube vier tage vergangen während ich auf paddy gewartet habe bin ich einfach hier reingegangen habe mich hier so doof hingestellt und habe gewartet und gewartet und deshalb haben wir ein bisschen material ich habe gedacht das ist eine gute idee dann kann man kann man wissen was wäre solide auf jeden fall haben wir material also ich habe nichts gemacht doch ich habe was gemacht ich habe diese fackel gesetzt und ich habe diese fackel gesetzt in der hoffnung dass nachts besser wollen bewachsen und mir ist dabei aufgefallen das ding ist scheiße hier das ist zu klein wir müssen das erweitern wir müssen das erweitern jetzt sofort was das ist eine geile idee das stimmt alter alter was geht im malzum bin ich drauf gekommen das ist schön das gefällt mir ich glaube dafür müssten wir hier am ende so ein klein bisschen mehr platz damit wir die damit wir die schienen klein bisschen länger machen können der brauche nicht viel zu sein hauptsache ich habe ich habe auf jeden fall kein bock mich hier ständig hinzustellen und bewegung zu machen als wenn ich kacken muss komplett oder man könnte natürlich auch komplett machen also hier nicht nur weil hier wird es ja nicht weitergehen also das ist natürlich die frage wie unsere produktion sich entwickelt ne lass uns das mal komplett machen das ist schon okay okay komm was kostet der geiz hier ach nee jetzt wollte ich ohne scheiß ja ich wollte das jetzt mit dem hammer erweitern gut ich hätte ja ja ich hätte ja einen rechtsklick gemacht also wäre jetzt nicht wirklich was passiert glaube ich aber alleine schon dass ich das im kopf hatte das mit dem hammer zu machen soll ich zwei machen dabei hatte ich die doch extra da kann ich mich noch daran erinnern ein aus diamanten gemacht ein zauberstab ich habe den doch hier ich habe gerade die dinger gemacht ich habe den noch hier so weg weg ich habe ganz vergessen dass ich die kamera jetzt aber auch an habe guck mal da ist mir heute nämlich eingefallen ich hätte eine geile idee für dich was du mal machen könntest für ein let's play ich weiß nicht ob ich das jetzt verraten soll hau raus also ich habe da zwar auch gerade also ich habe da schon eine idee gehabt ups kein material ja aber ob es ständig diese endermänner ja gut aber ob der das jetzt gefällt weiß ich natürlich auch nicht ob dir die idee gefällt ist die ist schon ein bisschen aufwändiger und ein bisschen abgedrehter und mein vr headset spielt dabei eine rolle ach du heiliger ja siehste jetzt kommst du mir so ja ernsthaft mir wird da immer so kurz übel von nix bewegt sich alles gut ja dann mach mal ein stück nach vorne oh alles klar herzelt ab ich weiß noch der x-wing ist das so heftig ja aber gut x-wing das ist ja fliegen ne ja aber das war im weltall und der fliegt gerade aus und dann geht der so leicht schräg links nach oben alles klar direkt da habe ich das ding abgenommen mir war kotzüblich im grün angelaufen fliegen kann hart sein dann habe ich da auch mal so ein horrorspiel gespielt da hast du dich nur bewegt durch klicken also du klickst in die Richtung wo du bist und warst dann einfach dort ist besser es gibt auch mit drehen in der regel wird es dann so gemacht dass du dich so stepweise drehst und nicht so am stück weil es halt ziemlich hart kommen kann wenn es so am stück geht ja so smooth sag ich mal nein ich habe einfach so gedacht so ein schönes minecraft let's play über vr wo man dich dann auch sehen kann wie du abkotzt und so oh ich glaube ich habe so viel hunger dass ich nicht mehr rennen kann und ich habe die essenskiste sofort gefunden kannst du mal sehen und da ist nichts zu essen drin doch äpfel willst du mich doch ver... da ist ein donuts drin da ist ein ei drin da den donuts esse ich nicht den hat man von anfang an gehabt den erhalte ich ein ei kann man nicht essen da sind auch gekochte würmer drin was willst du eigentlich mehr ja klar ganz viele sogar wieso kriege ich eigentlich nur würmer zu fressen so toller protein da ähm wir sollten vielleicht mal ein bisschen eisen kochen ich weiß gar nicht was wir noch an eisen haben vielleicht haben wir auch noch eisen oh hier ist noch hier ist sogar noch eisen drin sehr schön hä das habe ich doch letztes mal leer gemacht so boah ich muss erst mal wieder hier und wir haben ach schade 16 gehen nicht rein wir könnten auch noch so eine Etage gebrauchen für unseren Ofen dass man da mehr reinschmeißen kann oder zwei oder drei aber ich habe keinen Bock die Bricks zu machen und noch einen zweiten Ausguss damit man schneller ausguss ausgussen kann was kann man guck mal hier kann man hier auf der Seite also an diesem Block noch einen Ausguss machen und die gleichzeitig benutzen das ist eine interessante Frage ja das ist wirklich gerade sehr interessant da bräuchte man gar keinen zweiten Ausgusskräften sondern könnte sofort wobei diese Ausgussdinger glaube ich billiger sind als die normalen Blöcke oder? ne sind sie nicht so auf jeden Fall haben wir jetzt hier Platz ich kann Schienen machen das ziegel einfach nur so das probiere ich einfach jetzt mal aus und ich glaube sogar ich weiß noch das Rezept für Schienen äh senkte Ziegel haben wir keine hatten wir nicht sogar noch Schienen irgendwo ach die sind wahrscheinlich in den vollkräfteten Sachen vollendet aber 16 ist ein bisschen Spack ich will mehr oder? oder reichen 16? wahrscheinlich nicht ganz wo sind denn hier verkräftete Sachen? hört ja jetzt haben wir 22 wir sind Leitern wir haben gar keine Schienen gemacht wofür auch? wie viel größer wie viel größer denn? äh doppelt so würde ich sagen ich mach jetzt einfach mal so so viel brauche ich wahrscheinlich dann gar nicht könnte man eigentlich noch mehr machen aber richtig klicken soll ich noch mehr machen? guck was kostet der jetzt ja eben eigentlich ne 1 2 1 2 so bis hier ups 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 so das weg 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 oh nein da müssen wir ja wieder hier ähm Dings einsetzen hier hier wie heißt das Erde das ist wieder das mag ich nicht ah 6 ich hab nur noch 6 ich hab zu wenig Skien da kann eh keiner sitzen oh das war nicht gut da kann der auch weg hier wo ist denn der gerade hingeflogen? ich hab so das Gefühl gehabt der ist bei mir am Kopf vorbei geflogen äh Erde haben wir noch Erde? jetzt bräuchte man noch so ein Zapp fahren boah die Bäume gehen mir aber teilweise hier doch ein bisschen auf ein Zwirn kann ich eigentlich hier vielleicht den Sand ein bisschen dann da kriegt man ja vielleicht auch wieder Redstone oder so raus glaube ich könnte hätte ja es geht im Übrigen und es war irgendwie gerade ein bisschen doof dass ich das getan habe was geht? äh ich hab den zweiten Zapp fahren und so weiter da dran gemacht und ich hab's dann direkt gleichzeitig ausprobiert und äh war gar nicht genug Metall drin aber es geht gleichzeitig ich hab noch ich hab noch ich hab noch ein bisschen ja wir haben auch noch ganz viel Iron Pieces hier drin ja fahr weiter ich glaub hier sollte man wieder ein bisschen äh anfunzeln da funzle ich auch an da so voll ein wegfunzeln ja gut dann ist bis jetzt nur die Seite Länge die ist schon ich glaub die ist schon ziemlich lang aber für die andere Sache brauchen wir auf jeden Fall noch Schienen achso ich leg mal das Eisen oh also das ist noch gar nicht durchgebraten hab ich gerade erst reingetan du hast ja gerade erst reingetan ja hast du gerade erst reingetan hab ich ja aber zwei reingemacht guck mal ach das ist weil du das gerade erst reingetan hast ne richtig gerade reingetan achso gerade ne mhm gerade gerade jetzt gerade jetzt gerade so hier ey so erstmal die Beine hier voll machen gut ne ja guck mal ja theoretisch kannst du natürlich noch einen Ausguss dran bauen aber besser wäre eigentlich oben erweitern das wäre cool ja wir haben nicht mehr so viele versinkte Siegel und die müssen wir aus Ton machen ne ja aus so komischen Sachen musst du die herstellen ähm ein paar viele Schritte ich mach mal ein bisschen Eisen ich mach mal noch ein paar Schienen Schienen ähm äh muss ich erst zerlegen was hab ich jetzt wieder getan nein warum hab ich das eigentlich ich will das nicht so das sollte doch lange reichen oh es wird wieder hell das ist redstone in der crafting truhe neben dem tisch er ist doch gut ach ja der braucht ja wieder alles in der einen Truhe einmal alles drin ne stimmt ja der Typ wegen der Sicherheit das ist ja doch viel mehr Eisen ach nein Digga keine Ruhe nein so der Kollege Schnürschuh der kommt jetzt wieder ich lasse ihn mal eben vorbeifahren beeil dich da mal du musst ja noch den Baum fällen ich wette jetzt gleich wächst ein Baum hier noch so ein richtig fetter weißt du ich mute er ist nicht fett aber der ist gewachsen nee ist klar machst du hier bückst du dich hier gerade du kleines dreckiges Arschloch immer der gleiche so und der hier wer ist mal in das Loch gesprungen ach hier draußen können wir ja auch noch welche dran machen das habe ich hier auch noch nicht gemacht warum eigentlich weil du es jetzt gerade gebaut hast okay der da auf die Ecke geht glaube ich nicht das bedeutet ja im Umkehrschluss ich habe gar keine Erde mit ich habe da zwei Löcher reingemacht ich habe gar keine Erde mit das war am Ende auch wieder mehr Erde kriegen obwohl das obwohl das natürlich ein bisschen auch eine Milchmädchenrechnung ist manchmal ich glaube der geht nicht ich hoffe der geht auch noch hier so hier außen könnte man auch noch welche na gut komm ich habe noch zwei ich glaube das müssten eigentlich genau die sein ich weiß es nicht mal gucken was er macht ja läuft darauf erst mal ein Stückchen Tee natürlich sofort dran verschluckt ist klar immer wenn du vorher noch so dran denkst jetzt solltest du dich nicht verschlucken dann machst du das auch das könnten wir eigentlich gleich mal entsorgen schön in der Erde Verursachungskiste guck mal hier das darf ich hier gar nicht reintun ich mache es trotzdem ah ist das geil das macht richtig Bock warum haben wir da eigentlich noch keinen Ofen zum Braten stehen müssen gleich erstmal richtig geil Generatoren craften und so was haben wir denn hier an Platz das reicht doch oder oh ich habe ja noch einen Namen warum eigentlich wo ist der übergeblieben man weiß es nicht genau was meinst du so Trichter so gib mir mal all dein Gold hier in den Erde Verursacher rein das auch gibt mir also 10 reicht erstmal da gibt wieder lecker Erde für uns da können wir unsere schöne kleine Farm erweitern sieht ja doof aus hier sollte das anders aussehen so oder so warum haben wir schon wieder so viele Schafe Schafe ihr geht mir echt auf den Sack ich will nicht so viele Schafe haben ich will andere Sachen haben andere Sachen oh jetzt gucken sie dich aber an schon wieder Döner heute oh ich habe noch nichts gegessen ja ehrlich gesagt bei mir sieht das ja auch nicht viel besser aus die Ira die hat so einen komischen Auflauf gemacht da ist eigentlich nur Gemüse drin ich glaube das gilt nicht als Essen ich habe Brunterschmidt-Mudel noch parat stehen parat? warum habe ich denn hier nur so viele Bäume? habe ich die gerade übersehen? schöner Baum ne? ich habe keine Angst schön klein ne? der ist irgendwie sehr perfekt gewachsen kann das sein? ne doch nicht ich glaube sie einen ernstlich ich laufe durch deine Kacke durch die ist aber gut die kann man gut gebrauchen jetzt habe ich den Trichter gefunden den Trichter habe ich eben da reingelegt äh sagen sie alle ach guck mal da ist eine Axt drin ich habe doch gesagt ich habe noch einen Trichter im Inventar gehabt und deshalb habe ich den da reingelegt achso ich dachte du brauchst einen Trichter nein cool Eisen wir haben Eisen ich will erst mal Generatoren machen und dann können wir da irgendwann weiter sehen Generatoren sind doch nicht so schwer ne? genera... bin ich bin ich aber ich glaube drei drei ich glaube drei reichen mir erst mal Generator? oder was machst du jetzt gerade? ja ich baue erst mal ein paar Generatoren was was ja gut ich muss doch hier reingucken ich muss den Rotstein auch nehmen mein Gott ähm was ist denn das für ein Generator den du jetzt baust? ähm den von Ender.io machen wir mal direkt drei Stück dann brauchen wir ganz viele Sanreder okay ähm bei drei brauchen wir sechs, ne? eins zwei drei pipi im dekt ach da brauchen wir diese gekräfteten Steine für und drei auf eins zwei drei und die haben wir nicht mehr es war so klar War ich schlau oder... Ja, ich war schlau. Warum liegt da ein Ei im Ofen? Keine Ahnung. Ich frage nicht. Vor allem, wie viele Folgen das da schon liegt. Warum sollte mich das kümmern? So, haben wir auf jeden Fall drei weitere Generatoren. Wobei, diesen muss ich add ender.io Ne, ich glaube, wenn du I.O. schreibst, wird das scheiße. Add ender. Ah, habe ich auch vorhin eingegeben. Oder ist der Tickler hier? Der hat... Der bringt, glaube ich, nichts. Den kannst du nicht benutzen. Und der hier... Oh. Ist erst mal komplizierter zu kräften, ja. Das bin nur... Ah, Kupfer. Wir haben, glaube ich, kaum Kupfer, ne? Kupfer? Ja, Kupfer ist wirklich rar. Zwei Barren. Wie setzt sich denn das Zeug nochmal zusammen? Ich kann klicken wie so ein Doofen. Ich kriege es einfach nicht gebacken, ey. Da. Redstone, Gold und Glowstone. Das ist jetzt nicht so schwierig. Wie kriegt man denn noch? Einzige Problem ist, dass wir einfach keinen Redstone haben. Redstone brauchst du? Nee, wir bräuchten einfach mal am besten drei von diesen, ähm, ja, Hammer. Das heißt ja, der erste, oh, der erste haut, ähm, haut Kupferstone zu, äh, Gravel, der zweite Gravel zu Sand und der dritte haut Sand zu Dust. Ne? Mhm. Und drei Stück können wir machen. Wir brauchen drei Diamanthammer und Eisen. Und das war's. Da würde ich doch mal am Vorschlagen dran sein. Wir hauen jetzt mal einen raus. Und drei Generatoren habe ich. Ja, drei Diamanten brauchen wir noch. Also, äh, für Werner meine ich. Ach doch. Wir haben genug Diamanten. Müssen die mal entleeren hier hinten die Kiste. Irgendwo anders hin. Äh, ging denn da Hammer nochmal? Da sind Sticks hier drin. Der macht das selber. Ich hab ja keine Diamanten. Aber ich kann dir die, ähm, eins, oh, die kann man nicht stecken. Drei. Jo. Oh. Was für teures Zeug. Äh, haben wir denn Warte mal, da müssten zwei Platten braucht man dafür, ne? Das heißt, sechs Platten. Ups. Ja, läuft. Sechs Platten. Und jetzt brauche ich aber noch mehr Eisen. Eisen haben wir. Damit kriege ich nur einen hin. Oh. Eins. Oh, dann brauchen wir ja auch wieder so Pipes und so. Äh, das ist ein Zombie. What the fuck? Alter, was denn hier mit dem Wald passiert? Hast du dich hier gebückt oder was? Au! Hier ist ein Skelett. Das ist sau schnell. Alter, wie schnell ist das? Warum ist das so schnell? Warum ist das so schnell? Hast du gesehen, wie das abgegangen ist? Ja, ich hab's zum Schluss noch gesehen. Was war mit dem Skelett los? Ist da noch einer? Ah, der ist ein Creeper. Der ist ein fucking Creeper. Warum? Was war mit dem Skelett los? Da oben ist eine Spinne. Alter, ich geh mal eben pennen, ja? Ja, ja, mach das. dass die Baumpfarrn so gefährlich wird. Ist da noch was drin? Ja, irgendwo ist da noch einer. Ja? Ich höre es. Ach, ein Mini-Zombie. Warum war denn das Skelett so scheiße schnell? Na, jetzt treff ich ihn doch mal. Du hast dich doch hier rumgebückt. Kannst mir sagen, was du willst. Du hast einen Pfeil im Nacken. Ja, ich fühle mich auch überhaupt nicht gut. Achso. 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 Den hatten wir ja auch mal hier so dran gemacht für Nüsse. Quasi. Einfach nur so zum Ausprobieren. Pass mal auf, das nehmen wir uns mit nach vorne hin. Was? Die Apparatur hier? Komplett? Ja, die beiden hier. Achso. Okay. Falls wir da mal was machen wollen, so vom Hand. Und da werden wir uns noch so einen Alois-Melter beistellen. So für die, für den kleinen Hunger zwischendurch quasi. Und, ähm, den werde ich erweitern hier. Kommen erst mal einfach noch mehr Generatoren dran, die hier Strom reinblasen. Oder? Aber das Problem ist natürlich am Ende wird die Kohle ausreichen, die der produziert. Das könnte, das könnte, könnte sein, dass das nicht ausreicht. wie will sie? Wieso packt er hier eigentlich nur zwei Slots Holz rein in den Ofen statt alle drei? Weiß ich nicht. weil er kein Holz hat? Ja, das stimmt. Weil der Ofen schneller ist, als hier der, im Endeffekt kann man natürlich hingehen und man kann tatsächlich mit eins um Dingen hier auch zwei Zugbahnen bauen. Kriegt er natürlich doppelt so viel Holz rein. Müsste man das hier ein bisschen umgestalten, ist aber technisch durchaus machbar. Aber da drauf zwei Züge fahren lassen, das kannst du dir klingen, das ist für einen Arsch. Das ist viel zu klein dafür, denke ich mal. Das funktioniert einfach nicht. Die fahren sich nur gegenseitig in die Karre. Ich habe da schon alles mögliche versucht, mit Signalen und das auch nicht gesehen. Das hat alles nicht geklappt. Ja, aber grundsätzlich, sage ich mal, war es das. für diese Folge. Ja, der hat mir die Hühnerkacke gegeben. Ja, geil, ne? Wie er weggeht. Hast du ja sowieso schon wieder in deinem Inventar. Nein, habe ich nicht. Wohl wahr. Nein. Etty, betty. Ja, dann, ja, wir sind, ne? Wir haben unsere Zeit geschafft für heute. Genau. Und jetzt die Folge. Die muss man gerade hinsetzen hier. Alles klar. Ja, dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, wenn ihr wollt, dass der Patrick Minecraft in VR zockt, dann müsst ihr ihnen auf dat Video mindestens 10 Daumen hoch geben. Wie 10? Wieso, mindestens 100? 100? Ja, 100. Wie willst du denn die Views zusammen kriegen? 10 kriege ich doch so oder so schon. Ich habe das Gefühl, du willst dich einfach nur drücken. Daumen hoch, habe ich gesagt, nicht Views. Ich meine, es hat Folge 23, da gucken nicht mehr so viele. Ja, das stimmt wohl. Da wäre 10 Daumen hoch schon eine Leistung. Schauen wir mal. Das heißt, die müssen dann, ich weiß nicht, wie viele Views ich haben werde, werden wahrscheinlich auch nicht so viele sein. Ich kann mal eben gucken, wie viele Views ich auf dem Video habe, was gestern hochgeladen wurde. wenn ich das jetzt finde. Du Scheiße. Ich glaube so 50, 40. Können wir das mal eben aufrufen, Kommentare anzeigen. Nee. Video, hier ist es. Also das Video von gestern hat 10 Aufrufe. Bei mir. Noch nicht mal ein Like. Nee, das ist ja von heute. Entschuldigung. Scheiße. Von heute schon 10, weißt du? Nee, von heute schon 10. Immerhin ist das schon zwei Stunden oben. Hallo? Zwei Stunden. Was war denn gestern? Mittwoch. Ja, genau. Neun. Gestern war neun. So. Gestern 30 Aufrufer. Drei. Ja. So. Also wenn du 10 Likes kriegst, dann musst du das machen. Ich gucke gerade so Folge 1. Nee, das stimmt. Ich kriege gar nicht so viele Likes. Ja. Ja, können wir ja mal festhalten. Ne? Also Leute, auf diese Folge beim Pet 10 Likes, dann macht da Minecraft in VR. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt was dabei rumkommt. Das Blöde ist, ich glaube, ich kenne da jemanden, der guckt auf jeden Fall die Folgen und der hat Leute in dem Internet umgekriegt und er wird alle darauf anhauen, dass sie einfach einen Daumen hoch machen werden. Allein nur für diese Folge steht dann, weiß ich nicht, 2000 Daumen hoch oder so. Keiner hat die geguckt, warum auch immer. Ja, genau. Genau, das geht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Bis gleich. Tschö. Tschö, tschö.